Wir sind hier immer noch mit Session Music zusammen am Stand von Artestet und bei mir ist der Tim. Und Tim, dich kennen vielleicht ein oder andere schon von den Rockstarter-DVDs. Zwei Volumes gibt es bisher schon, sowohl für Akustik als auch E-Gitarre. Es gibt auch bald eine dritte, habe ich gehört. Genau, die kommt im Mai raus. Und was machst du denn auf den DVDs? Was ist das Ziel von den Teilen? Das Ziel von den DVDs ist eigentlich, am Anfänger ohne irgendwelche Vorkenntnisse das zu ermöglichen, einen leichten Einstieg und vor allem einen praxisorientierten Einstieg zu geben. Das heißt, wer jetzt nicht so drauf steht, irgendwie in ein Buch zu gucken, da ein Notensystem zu sehen oder Gitarrentabs zu nutzen, der guckt sich die DVD an. Ganz genau. Und du kannst halt, du hast halt den Vorteil, du hörst und siehst und bekommst erklärt, was du zu tun hast, um das zu lernen. Und ist das auf irgendein Genre festgelegt oder können wir das für alle Musikrichtungen nutzen? Es ist im Endeffekt so im Rock-Pop-Bereich angesiedelt, so dass man da praktisch relativ schnell seinen ersten Song spielen kann. Und das ist ja auch das Konzept von den DVDs. Wir haben praktisch auf jeder DVD sind ein bis zwei Songs drauf, die mit der kompletten Band, also mit dem Schlagzeuger und dem Bassisten zusammen eingespielt sind und wo man dann auch mit Playbacks üben kann. Das klingt gut, weil ich meine, es heißt ja auch Rockstarter und nicht jetzt zum Beispiel Jazzstarter. Also das ist ja dann wieder ein bisschen spezieller und damit fängt man ja auch nicht an zu lernen, sondern eher ein bisschen die Basics-Sachen. Genau, Jazzstarter wäre ja eher eine fortgeschrittene Geschichte. Und sowohl Akustik als auch E-Gitarre gibt es, also du spielst auch beides, bist wahrscheinlich auch in Bands tätig und da soll es ja auch dann für die Leute hingehen, dass sie nicht nur alleine für sich spielen, sondern halt auch in der Band. Genau, das war ja die Idee, warum wir praktisch diese Serie für Gitarre, Akustik, Gitarre, Bass und Schlagzeug direkt zusammen produziert haben, dass da direkt diese komplette Band praktisch vorhanden ist und wir praktisch den Synergie-Effekt nutzen können. Ja, also für euch da draußen noch ganz interessant, es gibt nicht nur Akustik-Gitarre und E-Gitarre mit Tim, sondern wir haben auch noch die Bass-Rockstarter-Editionen, auch da dann bereits zwei Volumes erhältlich, dritte kommt im Mai und Schlagzeug könnt ihr auch mal bei uns bei Session Music in Frankrhoff, da könnt ihr euch immer wieder angucken, weil da läuft es nämlich auf den Screens in der Abteilung und jetzt sehen wir hier auch gerade einen weiteren Drummer neben mir ein. Rudel, du kannst dich gerne einfach mal zu uns dazustellen. Ja, wunderbar, weil da haben wir nämlich den Herrn, der bei uns in der Abteilung schon die ganze Zeit zu sehen ist, Benno, du bist deinerseits Drummer und hast bei Rockstarter jetzt auch schon zwei Volumes gemacht. Ja, drei gemacht, der dritte kommt demnächst, die ist im Schnitt. Ja, Mai habe ich jetzt gehört und du deckst wahrscheinlich auch wie eher alle Genre-Bereiche ab, also es ist jetzt nicht für eine spezielle Musikrichtung oder eine bestellte Trommel-Technik, sondern geht in alle Richtungen ganz breit. Also ich persönlich sowieso, aber die DVD geht jetzt schon eher in Richtung Rock und Grundlagen, so würde ich schon sagen. Ja, also weder jetzt irgendwas mit Besen, sondern wirklich schön zwei Sticks und los geht's. Also im ersten Teil geht's viel auch einfach wie man sitzt, wie Stockhaltung, Setaufbau, grundsätzlich so die Feinheiten, dass man auf keinen Fall am Anfang falsche Grundlagen schafft und von da aus kann man eigentlich irgendwo hin, wo man hin will. Aber man muss ja irgendwo anfangen auch. Das ist klar und jetzt, wenn man nicht konventionell irgendwie dann kleine Trommel üben möchte, Mühle, so die ganzen recht trockenen Sachen dann, oder ist das bei euch auch mit dabei? Das ist nicht dabei, also es geht schon direkt ans Set und geht direkt mit dem Spielen los. Nur der erste Teil vor allem, der hat glaube ich eine viertelstündige, den kann man überspringen natürlich, aber eine viertelstündige, detaillierte, mit Detailaufnahmen, wie die Winkel vom Bein und so weiter, wie man die Snare aufstellt, dass man sie gut treffen kann auch, dass es halt auch einen guten Klang gibt. Und dann geht es direkt ins Spielen. Also wir machen keine kleine Trommelübungen, sondern wir spielen am Ende des ersten Teils ja auch direkt einen Song, beziehungsweise zwei sind glaube ich auf der ersten, zwei Songs drauf, die werden dann, also darauf wird hingearbeitet auf allen drei DVDs, also auch auf der Drums natürlich. Also ganz praxisorientiert, ganz wichtig, war für mich auch immer besser als Schlagzeuger, weil natürlich man muss ein bisschen irgendwie sich auch irgendwann mal mit der Technik befassen, aber ich habe mich auch lieber mit meinen eigenen CDs irgendwann hingesetzt, habe dazu getrommelt und das ist auch ganz klar dann, ja, das Ziel von den Rockstarter-DVDs. Also guckt euch die ersten beiden Volumes an, Vol. 3 kommt der Maik, kann man sich gut merken, als kleines, ja, Eselsbrückchen und dann sind wir gespannt auf den dritten Band zusammen mit Tim und Benno auch wieder und im Bass ist auch noch ein Kollege von euch und ihr macht auch so zusammen Musik? Ähm, ab und zu mal, ja. Bleibt ja nicht aus, wenn man auf einer DVD zusammen landet. Ja, ja, das sowieso, genau. Ja, dann danke ich euch für die Tipps und für die Eindrücke von den Rockstarter-DVDs und dann gucken wir hier mit Session Music nochmal ein bisschen weiter auf der Messe rum.